Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo. Hier werde ich so ein paar Sachen ansprechen, die ich halt so sagen werde. Sagen will, sag ich so. Zwar ist der Noway, wie ich es gesehen habe, auf seinem Kanal im Urlaub für 10 Tage. Und wir haben auch davor nichts aufgenommen. Und deswegen wird da jetzt auch erst mal von Portal 2 nix kommen. Zudem bin ich bald auch im Urlaub, aber da werde ich dann davor noch ein Video machen. Dauert noch ein bisschen. Habt da mich noch ein kleines bisschen am Arschl. Oh, ja, haut dagegen. Dann, ähm, ja, würde ich mal eben so gucken. Mein Gott, YouTube. So. Äh, da habe ich schon so. Ja, ich versuche in den Fereng jetzt endlich mal das scheiß Classic 1 fertig zu kriegen. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe hier irgendwie immer nur an einer Stelle hängen. Und, naja, es ist doch schon ein bisschen langwierig. Das finde ich schon ein bisschen doof. 2 World 2, ja, ist jetzt auch bald nach dem nächsten Video zu Ende. Isaac kann ich nicht mehr aufnehmen. Weil, wie schon in den letzten Parts gesehen, ähm, ja, ist der Ingame-Sound nicht mehr da. Camtasia spinnt da rum und nimmt keinen Ingame-Sound mehr auf oder keinen System-Sound mehr. Das ist, äh, muss ich mal gucken. Und, ja, dann habe ich ja nur noch zwei Projekte dann. Ne, vier. MW1, Gothic, Pokémon, wobei, Pokémon... Ja, doch, Pokémon mache ich weiter, aber ich habe mich gerade überlegt, äh, weil ich hatte nämlich die letzten Tage keinen Bock, aber jetzt habe ich jetzt irgendwie wieder Bock drauf bekommen. Und mal gucken, wie lange ich noch Bock habe. Und ich kann ja kein Let's Play hochladen, worauf ich keinen Bock habe. Dann habe ich jetzt noch mit dem Sven, also mit dem Tz, also Tz, ne, mit dem Sven habe ich dann noch was aufgenommen. Hier mit, äh, oh, der ist hier gar nicht drin. Hier mit dem hier. Mit dem Lapin. Der Lapin, mein Freund, habe ich dann, ähm, Amnesium gezockt. Äh, ich glaube, zehn Parts hat es schon aufgenommen. Ähm, auf jeden Fall, die werde ich jetzt nach, nacheinander auch rausknüppeln. Und, ja, äh, ne. Mit dem Sven von LPNF. Ich habe jetzt gerade, äh, hier gesagt, wo ihr gar nicht den Bildschirm sehen könnt. Das ist ja sehr toll, was ich hier wieder gemacht habe. Also, von daher, Hut ab von mir. Ähm, ja. Der SPK hat meine Bildschirm runtergefallen, ne. Ja, dann wollte ich mal eben ganz kurz gucken. Auf meiner Festplatte. Ob ich da noch irgendwas Besonderes habe, was kommen wird, kommen kann, oder so. Man weiß es ja nicht. Gut, es kann jetzt auch mal laden. Oder ist hier ja schön? Was hat das hier? So, ich hab... Okay, ich hab, äh, 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 noch ein bisschen MB1 hab ich noch, weil ich hochladen kann. Dann hab ich noch, äh, den letzten Part von dem Blackboard Balls. Ähm, dann, äh, ja, hab ich noch, äh, einen Gothic Part, anscheinend. Und noch irgendwas von Yara, wenn er jetzt mal zeigen würde, was halt ist, würde ich es dann auch, äh, ne. Ach ja, der letzte Part von dem, von dem, ach, von dem ganz alten, mit Splatogather, noch da mit Fanny und mit, und mit Wellendoxiafix und, ach, so die anderen Lappen da alle, da hab ich auch noch, alter. Dann hab ich noch ein Worms Battle, ein Leech of Legends Part, ja, das wird alles noch kommen, also. Und amnese hab ich, warte mal, kann ich ja mal weitere Details. Wie viel ich da aufgenommen hab. Ja, drei Stunden. Die werd ich dann jetzt halt in den Ferien rauskloppen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, dann, ja. Ich werd, also jetzt hab ich ja Ferien, wollte ich noch sagen. Und ich werd auch den ein oder anderen Stream dann halt mal wieder starten. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.